Weiter geht die wilde Fahrt, was ist als nächstes dran? Der Mehrzweckbohrer MFD Speed ist für Steinmaterialien, Ziegel und der Vorteil bei dem ist, er schneit ziemlich scharf in den Ziegel rein und ich brauche keinen Schlag oder einen Beton oder in den Fliesen. Ich mache das mit einer Hand. Der Vorteil ist bei dem, er ist extrem scharf und wenn ich durchrutsche, es bricht mir der Hohlraumziegel, jetzt bricht mir der Hohlraum nicht durch. Ich bekomme ein schön sauberes Loch, je nachdem ich Weide einbohre. Das ist ein sauberes Loch und eine kleine Kammer ist gebrochen. Wenn ich jetzt irgendwas montieren will oder zum Beispiel auch einkleben will und ich bohre ein, vorne habe ich ein sauberes Loch mit anderen Bohren, bricht man hinten die Kammer aus. Ich tue in den Dübel rein, wo soll der Dübel halten, wenn die Kammer gebrochen ist. Das wollen wir nicht. Genau so ist. Man kann Vollziegel bohren, ohne irgendwie einen großen Kraftaufwand. Keine echte Arbeit mehr. Das muss man nicht sagen, aber dieses Arbeiten wird extrem erleichtert mit guten Materialien. Es ist einfach so, ich stehe drauf, deswegen bin ich da.